Hallo Leute, ähm, heute spielen wir wieder auf meiner Survival-Welt, also die, die jetzt mein erstes Video haben, hatten, also, ja. Ähm, ja. Das lag natürlich immer erst mal. Warum hab ich dieses Eisen verpasst? Ich bin auch so dumm, da. So, der ist hoch. Mach mir schon mal ein Rimmer. Okay, hab ich. Ja, ich spare dann auf Brustplatte. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Oh, hier ist aber viel Eisen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wenn dieses Video hochgeladen wird, aber, ja, werdet ihr ja sehen. Und ich mag es auch sehr doll, Videos zu machen. Ich mach das nicht nur für Likes und Abos, ich mach das einfach so aus Spaß. Was mir auch Spaß macht. Und letztes Mal hatten wir auch schon zwei Diamanten gefunden. Bei so einer, ähm, Minenkiste. Ich hab ja nur eine Steinspitze. Und vielleicht filmen wir ja heute nochmal, äh, mehr Diamanten. Wenn nicht, dann haben wir ja immer noch Zeit für noch ein Video morgen. Oder vielleicht, wenn ich genug Zeit hab, mach ich vielleicht auch noch heute eins. Was? Keine Ahnung. Yay. Okay, jetzt hab ich schon die Hose. Und jetzt hab ich schon die Hose. Okay, gut. Ich brauch keine Schandpots. Okay. Das dauert zu lange. Und dann brauche ich nicht. Wir haben leider nicht genug für noch einen Helm, aber ist ja egal. Ich mache noch mein Essen. was kann ich denn so mit 2 oder ich spare die ich muss mich auch beschützen kann ich benutze erstmal holzschwert boah wie viel eisen oh sorry hier wird es dann noch länger eigentlich wollen wir doch tiefer wer bin ich denn hier geht's jetzt auch nicht wirklich ich hasse creeper geh weg ich gehe mal hier lang ja Kohle könnte ich auch noch gebrauchen gut oh nein ich habe Skelette oder das Eigenskelett keine Ahnung Mann hey so viel Kohle brauche ich jetzt auch nicht übertreib nicht hier geht es gar nicht weiter das ist ja blöd jetzt habe ich auf jeden fall voll Eisen oh 15 ich gehe noch mal ein bisschen tiefer ich mache mir gleich auch eine Eisenspitze ich hasse greifen ja dann gehe ich einfach hier ja ich brauche ich nicht mehr und ich auch nicht wo die könnte ich noch ein bisschen benutzen da 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 habt ihr auch schon gestern das Video mit mir und Lennox gesehen wenn nicht dann könnt ihr euch ja mal angucken und ich würde mich freuen wenn ihr auf dieses Video so gleich ein Like und ein Abo da du hast danke Mann ich brauche noch einen dann habe ich voll Eisen hey ich nehme aber trotzdem noch alles das schmelze ich jetzt nicht weil sonst haben wir ja nur ein ganzes Video mit Eisenschmerzen das ist ja blöd boah wie viel Eisen ok die draußen schreien den sind nervig und jetzt suche ich einfach noch Diamanten ok ok dann gehe ich hier lang ok dann gehe ich hier lang jetzt aber wirklich bitte Diamant boah ey Die Things mir die die als Birthday ich mag diesen block nicht er sieht nicht gut aus sieht irgendwie so komisch dass ich hasse dieses haus hallo diamanten wo seid ihr wenn ich auf einmal dem worten für mich rast aus kann ja vielleicht sein dies tief ich glaube ich schaff das jetzt ist halt fast wirklich nicht geschafft ich dachte das wären axelotl ich bin auch da axelotl ich nehme den aber nicht mit hallo axelotl warte mal ich möchte ihn auch futtern kommt her sich hier dafür brauche ich erst mal was dass das blöde gib mir wasser auf einmal schaffe ich nicht energy wenn ich einfach sterbe so ich bin energy machen und sterbe ich das wäre ein bisschen axelotl wo bist du hallo hier es ist jetzt meiner wird das lecker lapis diamanten deswegen baut man immer lapis ab man weiß nie was dahinter ist wie viele hatte zwei und ich habe fünf dazu bekommen cool glaubt skelett ich 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 will nichts okay du willst es mich einfach in ruhe lassen können weil die hören mir nie zu ich und meine axelotl so dass nichts ich glaube es ist ein bisschen dunkel für euch ich helfe euch mal ich dachte schon ich habe keine angst vor spinnen nein nein ihr seid dumm k krank k k k k k k und wenn ich jetzt wieder hier k k Das macht überhaupt keinen Sinn, äh, Eisen, wo wir das gleich nicht mehr brauchen, war sowieso nur, Tüßlager, kannst du mal ein bisschen schneller weggehen, danke. Das ist das Schlimmste, was mir je passieren kann, warum, wait, ich hab nen Trick, haha, boah, wie viel, wenn hier überhaupt nix ist, ok, ich geh einfach nicht mehr lang, äh, es dauert dann zu lange, wenn ich da die ganze Zeit lang geh, geh weg, kannst du bitte weggehen, danke. Haha, was ist hier passiert? Ja, ich spiel kein Bad Wars, warum denk ich, die ganze Zeit sind, ja, Mann, haha, 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 warum geh ich so weit, danke, 3, jetzt hab ich 10, oh, da sind nochmal Diamanten, Boah, wie viel Glück, oh, sind hier irgendwo noch welche? Nee, wieder Diamanten, das wird sich fake, glaube ich, aber es ist nicht fake. Ich hab ja sheets, ähm, oft gemacht, also kann das nicht fake sein. Was mach ich hier überhaupt? Wann hab ich grad nen Screenshot gemacht? Ich muss das schaffen. Ich muss die Treppe runtergehen. Ich muss die Treppe runtergehen. Oh, das ist so, warum ist hier so wie 10.000 Lava? Ok, hier endet es. Warum lag das? Was ist das für eine Weltgeneration? Was ist hier passiert? Da sind überall so welche komischen Treppen. Alles, was ich hör, sind Zombies und Lava. Und hier könnte ich, ich denk mal darüber nach. Axelotte, äh, dich packe ich hier hin. Ich brauch dich nicht mehr. Ich mach jetzt einfach ein Never-Portal, wenn ich genug Blöcke hab. Ich muss hier erstmal rüber. Ein bisschen, ja, könnte ich hier, ähm, oh, ich hab grad nen Cobblestone-Generator gemacht. Cool. Bei dem brauch ich ja nicht. Oh, ich, ich muss den irgendwo. Bitte. Ok. Wie ging das jetzt nochmal? Ich glaub hier. Dann hier bum bum. Ok. Ich hab's komplett, äh, nicht geschafft, aber ich schaffe es trotzdem noch. Ich hab ja noch Eisen. Dann schaffen wir es im Never zu gehen. Und wenn wir im Never sind, dann endlich auch schon das Video. Ich bin dumm. Und hier. Mein Wasser. Bann. Hey. Okay. Okay, und ich gucke mich nur noch mal so kurz um im Never. Dann würde ich auch schon sagen, wir enden das Video hier beim Garten.